Hallo Mädels, heute zeige ich euch das Video über Nähgräder und ein kleines Rosendesign. Ich wünsche euch viel Spaß. Hier habe ich ein paar Schablonen von Nähgräder. Die finde ich super, die kleben extrem gut und lassen sich super formen, für jeden Anfänger zu empfehlen. Hier habe ich schon den Naturnagel vorbereitet und zwar die Nagelhaut zurückgeschoben, die Nagelhaut entfernt, sowie den Naturnagel angeraut und jetzt trage ich den Nähprotektor auf. Den massiere ich super super dünn in den Naturnagel ein, damit auch die extreme Haftung gewährleistet wird. Das ganze härtete ich wieder zwei Minuten aus. Nun benutze ich das Ultra-Bilder, das nehme ich einmal zu verlängern und für den Aufbau. Wenn man möchte, kann man das Gel auch pinchen und ich finde, das Gel hat einen super angenehmen Geruch. Nun nehme ich das Extender-Bildergel und verlängere mein Naturnagelbett ein bisschen, da ich leider so kurze Nagelbetten habe, dass es einfach schöner aussieht, wenn man es ein bisschen verlängert. Besuche ich es nicht. Das Ganze härte ich wieder für zwei Minuten in der Ufa Lampe aus. Nun nehme ich ein beliebiges Farbgel und docke das an das Make-up an. Nun nehme ich zwei beliebige Glitzer, diese sind auch bei Nähgräte im Shop zu erhalten und tupfe sie ein bisschen in mein French ein. Nun mache ich einmal den Aufbau und befeile den Nagel und dann sehen wir uns gleich wieder. So sieht mein Nagel jetzt nach dem Befeilen aus und nun mache ich noch ein kleines Rosen-Design. Jetzt nehme ich das Ultraweit und zeichne ein paar Rosen. Alle Produkte, die ich verwendet habe, verlinke ich unten in der Infobox. Das ist nun mein Ergebnis. Ich hoffe es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.